August 1992 Anmerkung des Lesers Wir befinden uns also im gleichen Monat wie im ersten Kapitel des Buches. Zwischen dem Krankenhaus und dem Meer wird es dann ziemlich verschwommen. Ich meine, ich erinnere mich an den Ersten, der mich mitgenommen hat. Ich weiß noch, dass ich eine Stunde am Highway gestanden habe, bis ein Trucker angehalten hat. Ich erinnere mich, dass er mir netterweise einen halben Liter Whisky spendiert hat. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wann er mich abgesetzt hat. An viel erinnere ich mich nicht. Hier und da an einzelne Bilder. Ich bin viel gelaufen, viel getrampt. An Gesichter erinnere ich mich eigentlich nie. Ich erinnere mich an Autos. Ich erinnere mich an Straßen. Obwohl es mir so vorkommt, als wäre es immer dieselbe gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich gekotzt habe und Wünsche ausgesprochen habe, nach einem zuverlässigen Stern gesucht habe. Ich erinnere mich, dass ich lange weg war. Und ich erinnere mich an das Meer. Ich weiß nicht, wie lange ich schon in Point Pleasant, New Jersey war, bis mir klar wurde, wo ich war. Vielleicht nur einen Tag. Vielleicht länger. Vielleicht einen Monat. Ich erinnere mich nur an den Tag, als ich es herausfand. Ich erinnere mich, dass ich einen Spaziergang ans Ende der Stadt gemacht habe. Früh am Morgen, als es hell wurde. Ich war sternhagelvoll. Trotzdem war mir nach Bewegung. Also ging ich dem Sonnenaufgang entgegen. Ich konnte die Wellen schon hören, die ans Ufer donnerten. Musste aber noch ein paar Blocks laufen, bis ich endlich Sand unter den Füßen spürte. Erst dachte ich, das käme vom Alkohol. Ich glaubte nicht, dass es echt war. Warum auch? Es war schon so ewig lange her, seit ich zuletzt ans Meer gedacht hatte. Ich ging bloß spazieren. Nach Osten. Je näher ich kam, desto lauter wurden die Wellen. Und ich fing schon beinahe an, daran zu glauben. Und da ich schon beinahe daran glaubte, erlaubte ich mir zu rennen, so schnell mir das in meinem betrunkenen Zustand möglich war. Und während ich rannte, stolperte und schwankte, schwitzte, im Sand strauchelte und mich mit Tränen und Sand in den Augen wieder aufrappelte, sah ich, was ich im Alter von zwei Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, als ich Mandy dabei half, sich im weißen Sand einzugraben. Zum ersten Mal seit 14 Jahren sah ich das Meer. Ich saß und sprang hinein, riss mir die Kleider vom Leib, als ich bereits zur Hälfte im Wasser stand, schleuderte sie hinter mich an den Strand. Ich wusste nicht, ob ich sie je wieder finden würde, und es war mir egal. Das Wasser war eiskalt, und es ernüchterte mich wie sonst nichts auf der Welt. Mit jeder Welle, die mir an die nackte Brust schlug, wurde ich noch viel nüchterner. Und bei jeder Welle schrie ich, als ob ich mich selbst aufwecken wollte, und lachte über das Meer und seinen Witz ohne Pointe. Ich hüpfte herum und trommelte mir auf die Brust wie ein Verrückter. Ich fror. Ich hatte eine Gänsehaut mit Pickeln am ganzen Körper, die so groß wie Erbsen waren. Ich schwamm im Meer vor der Küste von Point Pleasant, New Jersey. Doch die Ortsnamen bedeuteten nichts, aber die Wellen bedeuteten etwas. Der Sand bedeutete etwas. Der Sonnenaufgang, viel heller am Horizont, der die Schwärze der Nacht abhellte, bedeutete etwas. Ich bedeutete etwas. Zum ersten Mal. Ich blieb dort am Meer. Zwei Tage lang. Ich entfernte mich kein einziges Mal. Ich rührte mich kaum von der Stelle. Ich zog meine Sachen wieder an, nachdem die Sonne aufgegangen war, und vielleicht musste ich ein paar Mal pissen, aber meistens saß ich nur da. Ich war zusammengekauert, gerade dicht genug am Wasser, um mich von den mordsmäßigen Wellen umspülen zu lassen, während die übrigen nur über meine Zehen schwappten. Ich aß nichts. Ich schlief nicht viel. Ich trank auch nichts. Ich beobachtete. Ich beobachtete Paare, die spazieren gingen, und Kinder, die Sandburgen bauten, und Teenager, die sich über Volleyballregeln stritten, und einen fetten Mann, der mit Schwimmflügeln schwamm, was mir ziemlich seltsam vorkam. Aber hauptsächlich beobachtete ich Dinge, die wichtig waren. Ich beobachtete die Wellen und die Möwen und die Wolken und die Sonne, wie sie auf- und untergingen, und nachts beobachtete ich den großen Bären und den Mann im Mond. Nur eines fehlte mir. Eines hätte ich mir anders gewünscht. Dass Philly und Jeremy bei mir gewesen wären. Andererseits war vielleicht auch das genau so, wie es sein musste. Sie brauchten das auch, Logo, so dringend wie ich. Aber es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn wir zusammen hier gewesen wären. Wir hätten zu viele Witze gerissen und getrunken. Und für eine Situation wie diese zu viel gestritten. Wenn Philly da hingegangen war, woran er geglaubt hatte, dann schwamm er wahrscheinlich in einem viel schöneren Meer als ich. Und Jeremy? Hm, er würde hier irgendwann ankommen, schätze ich. Egal geworden waren sie mir nicht, die Jungs, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich kämpfte bloß nicht mehr so sehr. Die Gezeiten kamen und gingen, und jeden Tag kamen die Möwen an und spielten. Nichts würde daran etwas ändern. Die Kids nicht, die über Volleyball diskutierten. Der fette Mann mit den Schwimmflügeln nicht. Der 16-Jährige nicht, der vom Alkohol runterkommen wollte. Und sich zwei Tage lang nicht vom Fleck bewegte. Seine Schwester nicht, die sich umgebracht hatte. Und hundert Überfälle auf Selbstbedienungsläden nicht. Das Leben geht weiter. Die Hoffnung geht weiter. Man bleibt am Leben. Nach zwei Tagen war ich bereit, abzureisen. Bevor ich mich auf den Weg machte, nahm ich Mandys Tagebuch aus meiner Tasche und übergab es dem Meer. Vergrub es, so tief ich konnte, am Ufer im Sand. Ich war mir sicher, dass sie es so gewollt hätte, wenn sie bei mir gewesen wäre. Dann rief ich Leslie an und bat sie, mir Geld für eine Busfahrkarte nach Madison zu schicken. Was sie tat. Leslie hielt mich im Arm, während ich mich durch meine Geschichte zitterte und weinte. Ich hatte seit Stunden nichts mehr zu ihr gesagt. Ich hatte nicht einmal meine Augen geöffnet. Inzwischen hatte ich mich ziemlich lange auch nicht mehr bewegt. Ich schlief nicht und Leslie auch nicht. Wir waren zusammen in Liebe und Erinnerungen. Unsere Haut berührte sich an manchen Stellen. Ich atmete ein, wenn sie es tat. Ihr Herz schlug im gleichen Takt wie meins. Wir waren allein. Billy hatte sich vor ein oder zwei Stunden auf den Weg zum Auto gemacht, um sich aufs Ohr zu legen. Solange von der Nacht noch was übrig war. Der Himmel wurde allmählich heller. Und vor mir lag ein Tag. An diesem Morgen wusste ich mit einer Sicherheit, die ich in der vergangenen Nacht nicht gehabt hatte, was ich zu tun hatte. Ich konnte nicht mehr länger wegrennen. Selbst wenn das bedeutete, dass sie mich einsperren würden. Ich musste zur Ruhe kommen. Es wurde Zeit, dass mich alles einholte, dass ich mir erlaubte, das ganze Gewicht zu spüren, damit ich aufhören konnte, es mit mir herumzuschleppen. Damit ich irgendwann alles hinter mir lassen konnte, was ich Leslie aber nicht erzählte. Ich brauchte es nicht. Sie kannte mich. Sie kannte meine Geschichte oder wenigstens genug davon. Als ich dann etwas sagte, war es nicht viel und nicht laut. Ich werde mich heute stellen. Ich sagte die Worte an ihren Hals, wo meine Lippen eine Weile geruht hatten. Nicht wirklich zum Küssen, nur eine Berührung. Ich hörte, wie Leslie tief einatmete und einen Moment die Luft anhielt. Als sie dann anschließend ausatmete, atmete sie ruhig. Sie legte mir ihre Hände an die Wangen und hob mein Gesicht, damit ich ihr in die Augen sah. Wenn sie noch Tränen gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich geweint. Stattdessen lächelte sie leicht. Soll ich dich hinfahren? fragte sie. Anschließend küßte ich sie und sie küßte mich. Ich dachte mir nichts dabei. Ich liebte sie einfach. Wir lagen Seite an Seite auf der Erde. Unsere Köpfe ruten auf den dicken, verflochtenen Wurzeln eines alten Baumes, dessen Stamm hoch über uns aufragte. In meinem Rücken floss gurgelnd und sprudelnd und plätschernd der Bach vorbei. Nirgendwo habe ich mich so sicher und beschützt gefühlt wie in jenem Wald, was vielleicht der Grund für das war, was wir dann taten. Es war August und die Sonne schien zwischen den Bäumen und sogar nackt war es uns ziemlich warm. Wir wussten beide, dass dies unsere letzte Chance war und wir wollten nichts ungetan lassen. Keinen Kuss, keine Berührung. Ist das dein erstes Mal? fragte ich mit zitternder Stimme. Einen großen Unterschied machte es eigentlich nicht. Ich wollte es einfach wissen. Sie schüttelte den Kopf. Bei dir? fragte sie. Nein, sagte ich. Bei mir auch nicht. Sauer waren wir beide nicht. Traurig. Logo. Aber nicht sauer. Wir wussten beide Bescheid. Wir waren älter geworden. Die Dinge hatten sich verändert. Es war nicht das erste Mal für uns und konnte es auch nicht sein. Aber diesmal konnten wir es tun und meinten es auch so. Und das war schon was. Das war schon viel. Danach hielten wir uns noch eine Weile umschlungen und dann wuschen wir uns im Bach und wir zogen uns an. Und dann standen wir da und verabschiedeten uns von dem Ort, an dem wir gelegen hatten. Wir verabschiedeten uns von denen, die wir gewesen waren, zusammen und doch getrennt. Ich würde ins Gefängnis gehen und es würde noch viele Abschiede geben. Es war ein guter Ort für einen Abschied. Am Meer, da war ich zufrieden gewesen. Hier war ich, zumindest für eine Weile, mit Leslie glücklich. Bist du soweit? Fragte Leslie. Mehr denn je, antwortete ich. Wir gingen dann durch die Wälder zurück zu Billy, der im Wagen schlief. So oft es ging, hielten wir uns an den Händen. Wir hielten uns immer noch an den Händen, als ich die Polizeiwache betrat. Wir hielten uns an den Händen, bis sie unsere Hände voneinander trennten und meinen Handschellen anlegten. Leslie legte dann ihren Arm um Billy, um ihn zu trösten. Sie hatte versprochen, sich um ihn zu kümmern, so wie ich es meiner Schwester versprochen hatte. Ich wusste, sie würde ihr Versprechen halten. Er weinte, als mich die Bullen abführten und in eine Zelle brachten. Leslie und ich weinten aber nicht. Wir erinnerten uns und hofften. Epilog Jeremy stellte sich einen Tag nach mir. Ich schätze, er hatte auf mich gewartet. Leslie brachte mir einen Brief, den er ihr für mich mitgegeben hatte. Er erklärte einiges. Er erklärte, warum er mit Philly die Waffen getauscht hatte. Er wollte, dass ich bestätigte, dass er auf Charlie geschossen hätte und dass Philly nur hereingekommen wäre, weil er ihn aufhalten wollte. Er wollte von uns, dass wir die Dinge so erzählten, wie sie hätten sein sollen und nicht so, wie es gewesen war. Er wollte, dass ich vor Gericht log. Ich log. Sie verdonnerten Jeremy. Er war sowieso der Älteste von uns und unserer Geschichte zufolge trug er die größte Schuld. Er wurde für strafmündig erklärt und bekam zehn Jahre. Ich war dabei, als der Richter ihm erklärte, dass sie ihn nach dem Strafrecht für Erwachsene verurteilen würden. Er trug es mit Fassung. Er wirkte erleichtert und was ich sah, wunderte mich nicht. Wir wurden an dem Tag gleichzeitig aus dem Gerichtssaal geführt, Seite an Seite. Ich hatte vor sieben Monaten zum letzten Mal mit ihm gesprochen. Er sah beinahe gut aus. Ich wahrscheinlich auch. Unsere Mütter waren zusammen einkaufen gegangen und wir trugen die gleichen Anzüge. Was uns an spärlichen Barthaaren gewachsen war, hatte man am Morgen sorgfältig abrasiert und sogar Jeremy's Locken waren gefallen. Er sah wie sein eigener Verteidiger aus. Ich pfiff, als ich mich ihm von hinten näherte. Er drehte nur kurz den Kopf nach mir um, genau so lange, bis er mich am Rande seines Blickfelds erkannt hatte und blickte dann wieder stur geradeaus. Unsere Augen begegneten sich nicht. Ich komme dich besuchen, sagte ich und meinte es ernst. Lass es, antwortete er und meinte es ernst. Ich habe ihn nie besucht. Das war No Exit von Daniel Gray Marshall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein paar Likes unter den Videos und wenn ihr andere Bücher als Hörbuchversion haben wollt, die es so noch nicht gibt, so wie von diesem Buch, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich schaue mir das Buch an und dann überlege ich mir das Ganze. Ansonsten hoffe ich nach wie vor, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Buch. Und dann schaue mir das Buch.